In letzter Zeit wird ja sehr viel über Hygiene gesprochen, aber ich erlebe in der Werkstatt eigentlich täglich, dass bei den meisten Instrumenten außen hui und innen eher pfui. Deshalb reden wir heute über Mundstück-Hygiene hier bei Bläserstudio Aufsendung. Herzlich willkommen zu Bläserstudio Aufsendung. Die Mundstücke, das sind die Verbindungsstücke zwischen unserem Körper oder unserem Mund und dem Musikinstrument. Und da ist natürlich alles das, was aus dem Mund rauskommt, natürlich auch erstmal muss durch das Mundstück durch und manchmal bleibt es auch da drin hängen. Und deshalb ist der wichtigste Tipp und der erste zur Mundstück-Hygiene natürlich, dass wir unseren Mund möglichst sauber halten. Man kann sich also vor dem Musikinstrument-Spielen kurz die Zähne putzen oder entsprechend seinen Mund einfach mal kurz mit klarem Wasser ausspülen, bevor man das Instrument dann in die Hand nimmt, damit schon mal relativ wenig Schmutz ins Instrument reinkommt. Essen während dem Spielen sowieso tabu, weil alles, was dann noch durchfliegt, ist natürlich dann auch schlecht für die Mechanik, die Polster etc. pp. Sollte das Mundstück jetzt dann zwischendurch mal gereinigt werden, ist es ganz wichtig, dass man weiß, wie man das machen darf. Tatsächlich sind unsere Blechblas-Mundstücke relativ unempfindlich, sofern sie versilbert sind. Sie können nämlich einfach in warmem oder sogar heißem Wasser gereinigt werden. Im besten Fall steckt man sie einfach in die Spülmaschine, im Geschirrspüler und lässt sie einmal mitlaufen, wiesch danach kurz das angelaufene Silber wieder ein bisschen blank und damit ist die Sache dann erledigt und das Mundstück ist blitzblank. Man kann ja auch durch Sichtkontrolle im Endeffekt sehen, ob die Mundstücke sauber sind. Ganz wichtig ist natürlich, dass das Mundstück nicht irgendwie mit den Messern oder Gabeln zusammenrappelt, weil dann sich natürlich durch kleine Beschädigungen in der Oberfläche da auch wieder Bakterien und so weiter einsetzen können oder man den Geschmack von der Messingpartina dann im Mund hat. Bei anderen Mundstücken ist es nicht gut, wenn sie heiß gereinigt werden. Vor allem unsere Holzblasmundstücke, also die Mundstücke von der Klarinette, vom Saxophon, vom Tenorsaxophon, wenn sie aus Kautschuk oder aus Plastik sind, sollte man nicht heiß reinigen, weil sich dann nämlich die sehr empfindlich und genau auf den tausendsten Millimeter geschliffene Bahn verziehen kann und dann das Mundstück unter Umständen gar nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, hier ist es tatsächlich auch möglich, mit einer Zahnbürste zum Beispiel die Innenräume ein bisschen sauber zu halten und vor allem einfach mit entsprechenden Feuchttüchern und so weiter das Mundstück abzuwischen. Wenn man weiß, dass das Mundstück aus Kunststoff ist, kann man auch Mouthpiece-Cleaner nehmen, der alkoholaltig ist oder so weiter und so fort oder man nimmt halt einen speziellen Mouthpiece-Cleaner, der sich auch mit Kautschuk-Mundstücken verträgt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel den Latromber-MPC, der ist auch für die Kautschuk-Mundstücke gut. Wenn man da mit Alkohol rangeht, dann werden die weißlich und verfärben sich in der Oberfläche und gehen dann auf Dauer wahrscheinlich auch kaputt davon. Das heißt, auch hier wirklich gucken, dass das Reinigungsmittel zum Mundstück passt. Ganz wichtig ist auch natürlich, dass man bei der Mundstückpflege sich das Mundstück auch nochmal anguckt und eventuell solche Stängelverbeulungen, die dann da sein könnten, auch beheben lässt relativ schnell in der Werkstatt, weil sowas geht definitiv auch auf den Sound. Und genauso, wenn irgendwie eine kleine Ecke an der Bahn fehlt oder irgendwo am Mundstück ein Riss entstanden ist oder so, unbedingt sich das immer angucken. Die Bissblättchen kann man regelmäßig tauschen bei den Holzblasen-Mundstücken und das sollte man auch tun, weil gerade in den Kanten setzt sich dann doch immer wieder ganz gerne irgendwie auch mal ein Grind fest, den man dann entsprechend hier nur schwer dann beseitigt kriegt. Und denkt immer dran, ihr nehmt das Zeug an den Mund oder beziehungsweise sogar in den Mund. Das heißt, das sollte mindestens so sauber sein wie unser Essbesteck. In diesem Sinne, schaut euch mal euer Mundstück an, macht es ein bisschen ordentlich sauber, Mundstückbürstchen, Zahnbürstchen und entsprechend nicht vergessen, immer schön pusten. Vielen Dank.